Ja, dann komm ich dir mal, sag klar, das ist schön. Alles klar, die Klingenherrin ist da. Keine Sorgen um die Dot machen. Dann brauch ich nur weh machen und dann bin ich glücklich. Sehr geil. Schatz, möchtest du auch nen Tee? Alles klar. Was hast du? Alles klar. So, dann mach ich mir mal nen Tee, während ihr da noch so unterwegs seid. Ich liebe Wireless-Headsets. Die sind extrem praktisch. Ihr könnt mir ja mal sagen, was so gepickt wird. Dann mal ein ganz anderes Team. Jhin, K6, Malza und Irelia. Mein Tod. Malza könnte problematisch werden. Okay, wir kriegen jetzt schon gar nichts. Ja, was soll ne Morgana gegen Malza machen, bitte? Mich Spell-Shielden und das reicht schon. Nocturne Fox. Wie ist das eigentlich? Verhindert das Spell-Shield das Ult von Malza? Ja, du musst sie vor der Ulti anwenden. Nach der Ulti bringt es nichts mehr. Ja, nach der Ulti ist klar, dass es dann nichts mehr bringt. Nein, die Ulti ist ja ein Channel. Ja, ja. Das heißt, du kannst ja das Spell-Shield während Malza die Ulti raushaut, das Spell-Shield raus sein. Dann bringt es aber nichts mehr. Dann ist es schon zu spät. Dann hindert es den Schaden, aber nicht den Stun. Ja, das habe ich jetzt nicht ganz so mitbekommen, weil ich bin in der Küche und da ist ab und da die Verbindung weg. Also, nochmal von vorne? Weißt du, hier in meiner Villa ist das so ein bisschen schwieriger, weißt du? Das ist alles immer zu hören. Rich guy. Sag mir mal, wenn ich was auswählen muss oder so, oder wenn es losgeht. Naja, ist gut. Da pingt ne Leona in ne Morgana. Nehme ich jetzt Kaktus-Feige-Zimt oder Granat-Apfel-Honig? Granat-Apfel-Honig. Ja, eindeutig. Ich hatte mir eigentlich Kaktus-Feige-Zimt rausgeholt, aber wenn ihr das sagt, dann nehme ich das jetzt einfach. So, also, wir haben Lee Sin, Jungle und Noctin auf der Toplane noch. Gehen wir invaden? Ich verstehe die Frage nicht, natürlich invaden wir. Doch, klar. Doch, nicht invaden. Ja, wir invaden. Ist das warm, das Wasser? Ja, ist warm. Leona Support. Leona als Gegner, auch schön. Sind wir schon im Ladescreen? Ja. Ja, wir sind im Ladescreen. Sind wir fast fertig mit dem Ladescreen? Nein. Hier, bitte. Die Gegner laden mal wieder nicht. Ach, das ist sehr schön. Wir sind eigentlich zu dritt, oder? Ja, wir sind zu dritt, deswegen invaden wir auch. Okay. War ne tolle Begründung. Ich mach mal sogar ein gutes Team zum invaden. Wir haben immer ein gutes Team zum invaden. Platin 3, Platin 2 gegen Platin 4, Platin 5, Platin 3, Platin 4 und ein Gold 1. Und der Lee hat eine Winrate von 68%, das heißt Smurf. Bei... Ne, glaub ich nicht. Doch, bei 41 Spielen geh ich von nem Smurf aus. Äh, da ist der Löffel drin, ne? Dann müssen wir tauschen. Hm. Weil... Löffel, Zucker. Ohne Löffel, kein Zucker. Back-City-Cooking, genau. Los geht's! Invade! Oh, ich darf mal ein Mensch spielen! Ich darf mal ein Mensch spielen! Ich darf mal ein Mensch spielen! Das! Invade! Es hat auch extra jemand bei mir unterm Video einen Kommentar gelassen, ne? Ich bin schon seit Ewigkeiten, ne? Schön groß und dick geschrieben, total klasse! Mann, Lee! Komm! Und... Und... Und wir wurden entdeckt. Wo? Vom wem? Da, von Leona. Hallo? Leona? Bist du da? Oh Leute, wir hören doch auf, wenn die uns gesehen haben, oder? Witze! Ja. Ach, schade. Gut, dann gehen wir jetzt da in den. Ja, Counter Invade. Double Counter Invade. Nein, wir gehen jetzt hier runter. Am besten laufen wir jetzt da hin. Okay, aber sie haben Angst! Ich hab die gar nicht... ich hab die gar nicht gesehen gehabt, auch bei mir auf der Karte nicht. Nee. Also die kann da echt nicht lange gewesen sein. So, du bist also Diamant, ja? Mhm. Ja, dann... brauch ich überhaupt was machen, oder machst du alles alleine? Wenn du im Weg bist, schick ich dich weg. Alles klar. Hey, wenn du Diamond bist, wie können wir dann mit dir spielen? Das ist ein richtiger Account. Das ist Smurf. Na dann. Im Übrigen, bevor irgendjemand wieder sagt hier von wegen, ööö, du nimmst ja nur die, die dich hochboosten und so. Er wollte mitspielen, ich hab gesagt, ist okay, aber nicht mit deinem Diamond Account, weil damit ist scheiße. Hallo, zu lange. Pullen geht auch nicht. Nicht zu lange pullen. Das braucht der nicht. Ist am Ende nur Zeit. Und der kann nicht smiten. Natürlich kann er smiten. Hast du mal den neuen Jungle mitgekriegt? Ja, ja, aber es macht keinen Sinn. Weil du XP verlierst. Ich konnte jetzt nicht reinflischen, deswegen. Ach, Malzah. Du bist so ein voller Champion. Also wir lernen jetzt heute ein bisschen was, zumindest bei diesem Spiel. Anscheinend. Ich hab's nur gut gemeint, ist aber scheiße. Ja, du darfst nicht zu viel pullen, sonst hältst du die Leute nur auf. Als AD gibt's so drei Hits und ein Spell und als Support meistens dasselbe. Ja. So habe ich eigentlich auch bisher immer gemacht. So habe ich auch eine Auto mehr. Ja. Ein Stückchen weiter, dann wäre sie sogar da drunter gewesen. Gut, doch Malzah so viele Skillshots hat. Vor allem der Dot. Hm. Kraft Jen fokussen. Ah, jetzt habe ich meinen Liebling zu lange nicht gespielt. Das ist scheiße. Ich komme mich schon wieder voll nicht dran. Äh, klar. Oh. Oh. Sehr schön. Good job. Zumindest etwas. Ach, ein Nocturne auf der Toplane. Nice. So. So Racker wäre mir natürlich lieber gewesen. So Racker wäre mir natürlich lieber gewesen. Oh. Oh. Was. Äh. Ist irgendwie gerade ein bisschen schwierige Situation, die wir hier haben. Hahaha, Schiefer Cup. Gut, dann müssen wir mal Trick 17 auspacken. Ach, ernsthaft? Scheiß Platin-Spieler, die mal alles dodgen. Nocturne ist tot. Ah. Ich hätte auch schwören können, dass sie kommt. Hm? Ich hätte auch schwören können, dass sie heranspringt. Ich auch, ja. Ich glaube, da hat sie eben gerade den Last-Hit versorgt. Okay, siehst du es jetzt im unteren Wurper? Ja, das hat sich verloren aber unter dem Foul. Daher alles im Rahmen. Hasix ist unten. Das gefällt mir nicht. Ich habe übrigens kein Heal mehr, ne? Für zwei Minuten noch. Ja, ist okay. Ich habe noch kein Flash. Äh, kein Flash für zweieinhalb Minuten. Ich muss sofort in den rechten. Okay. Ja, 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 ja. Das ist ganz schillig. Also da kannst du mir ruhig schon vertrauen. Ist ja drin. Ich dachte, du würdest ein bisschen näher rangehen. Ich habe auch Angst, dass sie da drin ist. Sie ist hier drin. Sie hat mich. Ich bin wahrscheinlich tot. Noch Heal. Oh mein Gott. Ich will ihn töten. Das ist okay. Ey, die kann man als Malzer weniger Farm haben als ein Lux. Mit dem neuen Malzer ist das schon schwierig. Ja, das wird richtig gut, wenn ein Gang kommt. Ist Jungler unser Pre? Ne, mit LAN oder? Ne, ne. Ja, mit LAN. Okay. Aber ich kann ja trotzdem mal Bescheid ticken. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass er dich kriegt. Weil du ja so schön rangedasht bist. Rangedasht? Ich bin öfters reingelaufen. Weil ich auch gewusst hat, dass die Kauten. Ich habe die zwei Lasten versorgt. Sorry. Sie hat... Oh mein Gott. Ich bin tot. Dock, der kommt. F***n perfekt. Schön. Ich bin tot. K6 ist da, geh zurück. Nice. Boah, Anzif? Nooooo! F*** ich! Damn, das war schlecht. äh, ne, dich wollte ich behalten dich wollte ich dazu kaufen äh, es wird dem gerade so ein bisschen naja schaffen wir noch war doch okay nee, dass ich gestorben bin, war dumm weil ich halt eben gewordet habe aber dadurch haben wir den Kha'Zix gesehen gehabt Kha'Zix ist oben aber geht schon ja, nein hi, äh, IT, äh, IT-Key-Chan na? na toll eine Sekunde später und ich hätte definitiv, äh, jetzt wahrscheinlich kein Pinkwatch verloren was macht denn Leona in der Mitte? roam, so wie es jede gute Leona macht jo, nice Treffer ich bin aber aktuell nicht in der Lage, einen Q zu treffen ey, die dodged alles die will mich mal verarschen, die blöde Footboot nooo was ist denn los? ich hätte, äh mit dem alten, mit der alten Q-Ranchelchen getötet sehr traurig ha, ha, ha halt backen ok hier und wo Kha'Zix ist? keine Ahnung, hier ist er nicht Leona kommt wieder bot ach mann dann die Lane noch, dann hau ich ab macht so viel Spaß gegen Malzaha hört sich aber nicht danach an oh, die fließt die welle ja, das ist gut ja, ja, nein, tut sie nicht ha, ha nix gibt hier ich hänge jetzt, äh, viertel Level hinterher, ist kacke Kha'Zix ist das oben im Jungle als Support bist du sowieso immer ein bisschen hinterher also ich bin fast Level 7, von daher, das gleicht sich schon aus ja, dann hänge ich sogar ein ganzes Level hinterher, toll sowieso als Support, du hast so gut wie nie das Level vom AD Carry ich muss immer versuchen, ungefähr mit dem gegnerischen Support gleichzuziehen mhm, Level 6 ja, aber wie viel fehlt hier? nicht so viel, dann ne ok der Midlane ist doch gar nix passiert noo, ich ja, ist doch schön und seid doch froh ja, bin doch voll gut ich versuche jetzt erst mal ein bisschen vom vom Cold Airhawk nachzukommen oooh joa ja was auch immer ich dagegen machen soll nicht in dem fahrsten Busch stehen haha ich bin eigentlich auch immer gleich Level wie mein ADC aber, weil ich jetzt Roam gegangen bin, um zu helfen und da nichts abbekommen habe, äh, tja hänge ich jetzt übelst hinterher jetzt heißt es aufholen oh, ich hätte schwören können, dass ihr da drin ist ich hab Jenna wieder Heal nooo nope ja warte, damit wir alle verfehlt haben, so warte, damit wir auch noch irgendwas gezündet ich hab einfach auch mein Q mit das ich hab auch mal echt flasht können oder so ne, warum hau fang die ab ja, hab ich doch alles gut ja, ich hab jetzt sogar zwei abgefangen oh, die ist aber holy, I'm so fucking dead Alter ist weg oh, Glück oh, Nocturne kommt ja, schon könnt ihr locker machen du hast sechs, oder? ich bin sechs, ja oh, die Berge bring sie gern, Drake oh, machen die nicht, interessant ne, haben wir ja gesehen, dass wir da lang kommen das ist nur die Frage, was machen wir hol den Jinn ja ja Nice Nice das war zwar, irgendwie, äh, ein reichlich sehr wehrer Kampf, aber Nice, Matt Eeeeeeeh Ach man Top lane, meine lane Sehr gut, sehr gut, sehr gut Wir sind unten Weiß jemand wo Jan ist? Ah da, ok Der Meister aufgeht, den solltet er aufpassen Ja, aber der war auch unten, oder? Jaja, der war auch unten Ich habe keinen Mana, um irgendwas zu machen Pusche einfach, dann krieg ich Top lane Hoffe ich Ich wäre eh relativ okay Ernsthaft? Weil ich den Nocturum beschütze, sterbe ich Aber gut, das ist worth Definitiv Merkt ihr, wenn irgendjemand anders einen Fehler macht, versuch nicht den zu beschützen Macht keinen Sinn Er hat ja keinen Fehler gemacht Für mich hat er keinen Fehler gemacht, sagen wir es mal so Meine Supportrolle war jetzt in dem Fall Er soll wegkommen Er soll wegkommen Ich laufe vor ihm Äh, hinter ihm Damit, äh Die Damit der Jinn Die ihn nicht treffen kann Ahja, ok Hat auch funktioniert Aber er hat mich getroffen Und das Einmal volle Kanäle Ich habe es noch nicht gesehen, es hörte sich nur so an Alles gut Hm So, jetzt bin ich aber auch wieder auf meiner Lane Habe, äh Nicht nach aufgeholt Ja doch so ein bisschen Bin ich wieder Naja, nicht wirklich Nicht wirklich, aber ich denke ich werde jetzt noch ein bisschen aufholen Zumindest ist das mein Plan Ich kann das noch mal dabei Ich muss auch irgendwie warm Ich kriege einfach nichts ab Was habe ich vergessen zu wechseln? Das Trinket Nein, nicht pushen, nicht pushen, nicht pushen Achso, nicht pushen, nicht pushen, nicht pushen Nimm das weg Entschuldige Rede doch mit mir Bevor ich pushe Hab gesagt, ja Das war Bisschen überrascht Ok, wo ist Leona? Da ist Leona Hallo Leona Natürlich dodged die Die dodged alles Die dodged die ganze Welt Dodged die, so Achja stimmt ja, die kann ja sowas tolles Der Nocturne ist einfach Gott Oh, Spurshit Nice Warte Warte, warte, warte Hier musst du treffen Die weicht Die weicht Die macht einfach nicht die Bewegung, die ich von ihr will Ich schwör's dir Ja Nicht Ja auf In der Gold Im Goldbereich Im Goldbereich kriege ich jeden perfekten Supporter getroffen, weißt du Hier in Ne gegen Platt Als Support merkt ihr einfach, es gibt Leute, die haben eine Dodge Richtung Bis Hier Wechseln die die nicht So ziemlich Merkt ihr einfach Wirf am Anfang zwei Queues und merkt ihr in welche Richtung sie laufen In den meisten Fällen laufen sie danach weiterhin in die Richtung Also nach Ja, sie ist eben gerade gar nicht ausgewichen So nach dem Motto Ja, sie ist ein bisschen rechts abgedriftet Ja, doch Und das macht sie glaube ich Ja, das habe ich auch schon beobachtet Aber Können wir dive in, by the way Ja, dann machen wir das doch Auto Okay, never mind Sorry Nicht fressen, wenns geht Lies sich leider nicht vermeiden Ja Ja, aber Alles gut Bär B So Okay Also Gucken wir mal Mitte gewinnen wir Top Ab dann gewinnen wir hart Stange Ja, würde ich sagen ist even Fort lutscht Und ich gewinne Ich habe nicht so das Gefühl, dass ich die Mitte gewinne Das heißt, ich spiele scheiße Ja, du bist im Farmlight drüber Oh, der hat einen Kill Na, meinten habe ich nicht gesehen Haha Aber der hat den Kill nicht geschminkt Das ist das so Ich geh in die Mitte Jo Ich bin da aber dann ziemlich einsam Ja, genau Ist klar Haha, verarscht Wollt ihr mich verkackeiern oder was? Das ist doch lächerlich Ich habe den noch nicht mal kommen sehen Noch nicht mal hören Gar nichts Der war einfach direkt Ja, Ulti Ja, ach Wie können wir denn so wenig Wischen haben mit einem lieben Jungle? Das geht doch gar nicht Die müssen doch alle hier Red Trinkets haben und aufräumen Alle fünf Sekunden Ja, wir haben noch eine Minute ein paar Zerquetsche für den Herold Also, wir sollten vielleicht Okay, den wollten sie haben Jo Jo Ja, das ist gut Oh, können wir eigentlich siechen? Ähm Ja, ich glaube auch Kann das sein? Oh Gott Naja, es ist nicht so einfach, wenn die engagen wollen Nicht zu engagen Auch einfach nix rauslaufen Eigentlich ja Außer Eli hat keinen Bock drauf Naja, aber jetzt überlebt Ist gut Ich bin wieder unten Hm Ich bin wieder unten Drake in 30 Drake in 20 Noch keine TP Platz dir mal irgendwie ein bisschen Wards An Drake Ein bisschen Wards ist gut Ich habe keine mehr Ich habe ihm gerade alle gesetzt Für, äh, ne Dass wir hier unten so halbwegs Dann haben wir ein Problem Na, dann kann doch der eh nicht TP'n Dann geht er einfach weg Na, wenn sie denken, dass ich hier bin Nein, 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 nein Es ist nicht wert, für sowas zu sterben Ja, ich bin doch noch gar nicht tot Ihr geht ja direkt davon aus, dass ich tot bin Ihr geht ja direkt davon aus, dass ich sterbe Ihr Schweine Und jetzt haben sie den Drake Was haben wir hier Scheiße hier Pfff, die Rieder Oh Mann, ey Aber ein Drake gewinnt das Spiel nicht Drakes kann man abgeben Du darfst halt bloß nicht 3 abgeben Dann hast du einfach Fehler gemacht Aber wenn du einmal abgibst Das ist nicht weiter schlimm Das ist der zweite Und zweimal, äh, Wasser Generation out of combat Können wir den holen? Oh, hinter euch ist Kha'Zix, Leute Macht einfach den Kha'Zix Scheiße Ja, so ungefähr Äh, nicht nur der Kha'Zix spielt Scheiße Sondern der Jhin auch Ne, der spielt nicht, der steht Hab ich gesagt Ja, muss schon alles seine Richtigkeit haben Ja, aber der Jhin hätte mich ihm gerade locker kriegen können Weil ich Brain AFK stehen geblieben bin Freu dich doch, dass du es nicht getan hast Musst die positiven Sachen rauskristallisieren Entschuldige, weil ich Brain nicht AFK Natürlich mich hin und her bewegt habe In meiner weisen Voraussicht Ach du hattest... Das war geplant Ja Um ihn zu baiten Hat er ja auch mitgemacht Deswegen hat Lux ja jetzt ja auch den Blue Was sie vorher... Der Blue hat's schon die ganze Zeit Aber ich hab jetzt meinen Kill Genau, jetzt hat Lux meinen Kill Ist das wieder das Positive Sehr gut Viel gelernt Und ich hab ein bisschen aufgeholt vom Level her Ich hab schon pushtop Und ich brauch Hilfe, weil Jhin kommt Und Jhin ist bestimmt nicht alleine Okay, ich bin unterwegs Ich darf auch rauch aber Ah, Leona's okay Dann geh doch zurück Ich brauch ne halbe Stunde bis ich da bin Vielleicht solltest du dich einfach ein Stückchen zurückbewegen Nein, keine Sorge Leona ist am Mitte, was willst du denn? Push Nur am Meckern der Junge Mein Hallo, ein bisschen entspannter Alles wird gut Ne 3 LP Ja, wir ziehen da jetzt ein bisschen hoch wieder Neee, darfst du nicht Nein Ich will mir das Eyeliner erarbeiten Ne, hab mich schon relativ Wir wollen es pushen, wenn die Barren machen Loool Ne, hab die Leona Ne, hab die Leona Mal pushen Hab ihn Nicht Oh, so knapp Okay, Schild vom Alter Hast du ja nichts schonmal weg So, jetzt einfach halten, damit ich sie mit posh So, das war Irelia Hier ist K6 Hier ist K6 Nice Boi Bitteschön Na endlich, meine Qs treffen wieder Haha Der Qfinger ist wieder da Der grüne Daumen für League of Legends, ne? Ja, die weicht nach rechts aus Alles klar Wir sollten gehen So, was machen wir denn jetzt? Ich glaub nicht, dass er Lee wegkommt Ne, er wird bestraft dafür, dass er scheiße steht Finde ich korrekt Haha Finde ich richtig Ihr seid so Kameradenschweine, ey Ne, das ist einfach Für eigene Fehler bestraft werden, das ist wichtig Ne, ist besser, als wenn das ganze Team bestraft wird, das stimmt Ansonsten macht man die Fehler immer wieder Aber er Kommt raus Überlebt Mehr als halbes Leben Voll gechillt Und er laggt Joa, das ist der Fehler Das ist der Fehler, ey Ja, soll doch mal besser machen 2000 Millisekunden Wie will denn der überhaupt spielen? Der prediktet Ist doch gar nicht mehr bewegen, oder? Mit 2K Na doch, er kann klicken, aber ob sich da was tut, ist für ne andere Sache Und vor allem, ob und wann Ja, Jin, ja Jin, komm her Damschan Jin Damschan Jin Dissen? Ohhhhh Ooooooh Entscha, Autodex was wir machen da für den jock kaum spielte morgana scheint es so als würden wir gewinnen aber ich könnte jetzt auch an unseren hier liegen ach so im übrigen habe ich sie er will mich doch verarschen der hat genau hier auf der blöden linie mich getroffen obwohl ich die ganze zeit darüber war zumindest für mich war ich darüber blöder shit was waren das für ein fight warum fighten wir überhaupt können ja aber warum vor allem folgen wie heute ist so und das ist jetzt der dritte drache den die kriegen und was ist das irgendwas interessantes erdrache herr den ist der ist nicht schön den sollte man schon bekommen wenn die erdrache gehen sollten wir bei ihm gehen war er hat das mit dem train verstanden aber wir können das wahrscheinlich der weg oder der die lux ist nicht gut genug dafür und bumm siehst du sag ich doch die lux ist nicht gut genug dafür das war ein weh drücken einmal nur drücken das hätte bumm gemacht hausend gesmited meine e macht nicht tausend schaden wie viel ap ein schöner farm na gut mein e macht gerade 90 oder so also ich hab da zeitfenster gesehen da hättest du definitiv treffen können das problem ist ich habe das leben vom dreck noch nicht gesehen obwohl schon wischen hatte ich hab das malzer schild weg was mitte und dann top bussen und dann mal barren und dann ist das spiel gewonnen klingt nach dem plan boah die kuchen sieht aber auch jetzt süß aus von lucia top ok ich bau wischen auf was macht ihr denn wieder ja alles klar noch herr komm einfach herr komm 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 ja 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 ihr seid alle zu langsam ja entschuldige keine fünfer schuhe was sollen wir machen ey ok ehrlich sein nur smalten ok der looks gut gesmilt haha musste ich den holen ich will einfach rennen ist ok ist ok ich opfer mich für euch können jemanden verlieren war wurf geh doch raus dali meine fresse geh weg du hast 2000 kernbehindert muss man denn sein um da noch mal rein zu gehen erlaubt entspannung ne das kann ich nicht entspannen weil wenn ich sowas sehe da tun mir die augen weh da möchte ich mir am liebsten die augen ausreißen weißt du ich mein der hat kein leben mehr er hat mein erfolgsverdienst an das zu tun so ich hab alles ab sehr schön ich bin bereit lasst uns fighten mhm will er mich jetzt fertig machen leona jetzt sagt er er hatte keine vision gehabt ja macht er auch nen ruf hier sind vier dran das ist schön vorsicht du hör laut pass auf nicht lang laufen am besten nicht nochmal natürlich vielleicht nochmal ich lauf gleich nochmal da vorbei wenn ihr mir hier so kommt ok nochmal den Tod ins Auge sehen das ist ja nix siehst du ja jetzt nicht mehr war auch vorher nix hat sie nicht gesehen aber wir hatten auch Angst bekommen ja so soll das auch sein hier jetzt kann sie reingehen äh ok krass oben ab ist ok einfach mitte pushen einfach mitte pushen die ziehen jetzt einfach top und das ist egal we don't fucking care ah das war nicht schlecht nocturne pushen yay es ist schön wenn sachen funktionieren au und weiter pushen dann ist tot das ist schön ich geh back also ich geh all in ah ok vielleicht nicht sehr gut ach ich weiß nicht ob das was ihr da eben gerade treibt soo naja doch den Docturne hat das gecarried aber hart ja juhu juhu wir haben einen Diamant 4 dabei also dia 4 dabei weißt du und wer der muss uns carry der Nocturne der random hey 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 höre ich da gleich die Kritik du hast gesagt ich soll mich beiseite gehen ja also ja hörst du ich hab dir gesagt ich sag wenn man zur seite gehen soll ja endlich mal level 5 mit yay 22 LP weiter gehts johu das das ja er